Werder Bremen und der 1. FC Köln trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Damit sind jetzt offiziell beide Teams gerettet. Sowohl die Kölner, die ja schon vorher durch waren, und der SV Werder Bremen. Für Ole Werner, denke ich, hätte die Saison nicht besser laufen können. Man hat als Aufsteiger die Klasse gehalten, war auch nicht selbstverständlich. Man ist zwar hinten raus ein bisschen eingebrochen, aber trotzdem insgesamt eine tolle Saison. Aber man muss natürlich für nächstes Jahr deutlich nochmal die Situation aufarbeiten. Es war allerdings Tickets für die Kölner, der das 0 zu 1 erzielte. Und es war einfach schlecht verteidigt von den Bremern. Und wieder mal ein unnötiges Gegentor 0 zu 1, also der Pausenstand. Völkrug war ja wieder dabei. Der hat allerdings heute nicht sein bestes Spiel gemacht, auch kein Tor erzielt. Und auch Dux war heute nicht wirklich gut drauf. Es war der junge Schmid, der eingewechselt wurde und das 1 zu 1 machte. Sein erstes Bundesliga-Tor freut mich richtig für ihn. Und vor allem Ekstase pur, weil dieser eine Punkt reicht, um sicher nächstes Jahr Bundesliga zu spielen. Wie gesagt, insgesamt, denke ich, können die Bremer sehr zufrieden sein. Bloß, ich denke gerade, das, was hinten raus passiert ist, muss man auf jeden Fall aufarbeiten. Weil nächstes Jahr kann es ganz anders aussehen und eventuell reichen da 36 Punkte nicht. Man weiß es ja nicht. Aber trotzdem erstmal GG an beide Teams. Die können das letzte Spiel völlig ohne Stress spielen. und mal gucken, wie sie beide die Saison abschließen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.